Einen wunderschönen guten Tag mit mir und herzlich willkommen in der neuen Folge von Star Wars Outlaws. Wir müssen mit Rico reden. Können wir. Wir müssen, sonst können wir nicht weiterspielen. Ja, das lassen wir lieber mal. Du hast recht. Bleiben wir beim Auftrag. Sleros Treffen findet auf einer ESB-Station statt. Die höchste Sicherheitsstufe der Galaxis. Aber die einzige Chance, an ihn ranzukommen. Mit dem Schiff kommen wir rein, holen den Schlüssel und hauen ab. Unbemerkt. Wir? Äh, nein. Nix und ich machen das. Kann er ein imperiales Shuttle fliegen? Oder du? Ich weiß, ich mag der letzte Mensch in der Galaxis sein, mit dem du in einem Shuttle sitzen willst. Aber wir brauchen zwei Hacker. Was war dein Plan? Improvisieren? Ich improvisiere schon mein ganzes Leben. Klappt bisher ganz gut. Dieses Mal nicht. Komm, komm mir einfach nicht in die Quere. Gut. Aber wenn wir anfangen, müssen wir es auch durchziehen. Also, bist du bereit? Handlos. Du bist im Griff, den letzten Teil des Spiels zu beginnen. Danach kannst du keine Syndikat-Quests, Aufträge und andere. Ey, nein, da machen wir es noch nicht. Ich muss mich erst noch um einige Dinge kümmern. Auch gut. Aber irgendwann wird auffallen, dass dieses Shuttle fehlt. Also beeil dich. Ja, also ich bin nicht im Stress, meine Liebe. Ich bin nicht im Stress. Guck mal, was ich hier alles noch offen habe. Bruce, das Aufenthaltsort. Ne. Ja, fuck. Was ich hier alles noch offen habe. Dieses. Aufträge habe ich aber keine. Ähm. In Toshara wäre noch so ein Schnellschussabzug. Haltkreis. Will eigentlich noch ein paar Sachen für meinen Blaster holen, wenn ich ehrlich bin. Lass mal nach Yauntas Hoffnung gehen. Okay. Okay. Äh, nee, das ist falsch. Wir müssen... Fysikowski. Ich halte mich immer gut fest. ist auch nur den controller halten das war eine richtig beschissener boost naja ein kilometer müssen erfahren machen wir ein problem das haben wir schnell durchkommen das waren die spikes ich habe doch jetzt keine lust zum kämpfen lasst mich doch in ruhe ich will doch nur meine sachen holen ist nur noch die frage wie komme ich da hoch war ich hier nicht schon mal ist da oben los ne lass mich in ruhe guck mal da drüben kann ich hochklettern doch schon mal etwas oder ne da kann ich nicht ach der kann ich hochklettern da komme ich auch nicht hoch ach scheiße das gibt es ja nicht ok dann geh nochmal auf den gleiter komm müssen wir von woanders gucken eventuell hier komm ich hier hoch nee lass mal gucken lass mal ein bisschen lukki 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 machen genau wird man ja wohl rauf können oder nein aber nicht so als wäre es hier äh na komm noch mal von der anderen seite aus ich bin nicht wieder viel zu weit entfernt hier 100 meter jesus christ das ist hier was ist das was ist das geh mal her und tschüss kommen die kommen die ne ok gut alles gut ja jetzt bin ich wieder hier da kann ich nicht hochgehen also sag mal das gibt es ja nicht wollen die mich irgendwie verarschen hier wie komme ich denn da hoch gleich von hier ah warte mal so ja geht doch geht doch ok weiter geht's weiter geht's ist es hier das da ne das ist ein grobtuch und das ist durastahl hm wo ist denn dieser schaltkreis ah warte mal da geht's durch ja wir kommen der ganzen sache näher ah oh shit selber noch damage gemacht sehr gut ausschalten ok ok ah guck mal ah warte mal hm warte mal ist da was nix kannst du das mal halten ja und ich muss wahrscheinlich hier nix mach mal nix nix zieh das nach unten sag mal brauchen wir mal besseres Timing oder ne nicht hier der da halt das fest nix ach nix nix würdest du an dem hebel ziehen nix hm also eine sache leuchtet hier hinten vielleicht irgendwas vielleicht muss ich hier hoch gehen hm ne sieht nicht so aus oder nix mach mal das wieder an dann läuft das Ding nämlich wieder jetzt fehlt noch eins hier unten aha okay alle laufen wieder ja guck mal jetzt leuchtet auch alles schön grün und wir können rein wunderbar verdient ionenzelle na dann ist jetzt das erledigt oder ja guck mal jetzt sind es nur noch 25 Dinger hier ne warte jetzt habe ich nicht je was gemacht hier ja ist weg okay was hätten wir hier noch auf Toshara das könnten wir noch als nächstes machen da sind wir ja relativ nah dran okay dann guck mal mit der schönen Aussicht sage ich doch mal vielen Dank fürs zuschauen wir sehen uns morgen wieder macht's gut tschüss